Hallo. 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 Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wie bitte? Doch, sag du. Nein, bitte. Na, jetzt auch zu spät. Na ja. Bei einer neuen Folge Half-Life 2 Synergy mit Lorena und Nerozun. Uhu. Keine Spaniole Frau. Keine Spaniole Frau. Nein, genau. Aber sie spricht bei mir. Tut mir leid, dass die letzte Folge ein bisschen kurz war, aber es hat gerade so gut gepasst vom Abschluss her. Und andere Folgen auf dem Platz und so, habt ihr schon erlebt. Waren ja noch ein bisschen länger. Von daher mal schauen, wie es hier weitergeht. Oh, das ist ein Gunship. Achtung, da oben ist eine Sentry. Oh, da sind lustige Sentries. Achtung. Was ist ja gleich los? Ich kann mich null daran erinnern in diese Gebiete. Ich habe das so oft gespielt, das Spiel, aber an dieser Stelle auch immer nicht. Lauter bitte. Lauter. Und langsamer. Und langsamer. Und langsamer. Entschuldigung, Nerozun. Ich habe eine gute Influenz in deinem Channel-Kanal. Du hast eine gute oder eine schlechte? Oder was? Oh Gott, das waren, das waren 10, 10 Kommens hier gerade. Verstanden. Konzentriere. Konzentriere. Aber vielleicht schauen die auch einfach nur ab. Ohlala. Das ist ein Fenster. Ja, ist ein Fenster. Ja. Wir müssen da rein. In das Gebäude. Weil ein Unterdrücker oben ist. Der da, oder was weiß ich nicht. Was bedeutet Unterdrücken? Ähm. Oh. Oppressional. Unterdrücken. Okay. Die Kamera. Weg. Das ist nicht eine gute... Ohlala. Was ist denn jetzt passiert? Er greift an. Ohhhh. Ja genau, das meine ich. Komm her. Ich habe keine Leitung. Seine Kanone. Ja. Komm her. Ah, scheiße. Nein. Was? Entschuldigung. Ich habe... Vielen Dank. Echt? Ja. Ein noch gefährlicher? Ein. Hey Gordon Ah, okay Vorsicht Vorsicht Oh, Herr Rosut, was passiert? Wir brauchen hier Wir müssen hier überdacht sein Madame Okay, sind wir da? Redemann, Redemann Erklare mir, was passiert Hier lang, hier, komm Wo, 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 wo? Ah, au Joder Ich bin... Nie tot Ich hab's nicht verstanden, wo Wasbani gesagt hat Ich habe nicht verstanden, auch Auch nicht verstanden Auch ich ver... Was? Wie bitte? Du hast es auch nicht verstanden Auch nicht verstanden, genau Gordon ist hier Hier geht's weiter In der Kiste Okay Du bist Gordon Nee, komm mal mit Bringen Buh Nerosol, Buh Hier Au Au Das hat viel getan Au Hier geht's weiter Achtung Oh Das gibt's doch nicht Aber wir hätten beide so wenig Leben Das fand ich so gut Okay Aber jetzt weißt du, wo's Land geht Wieso hat der jetzt drei gemacht? Wo bist du denn eigentlich? Ja Ich rede mit ihnen Mit dem letzten freien Menschen Ich möchte sie fragen Wo ist Nerosol? Weiß ich nicht, du bist zu weit weg Kommst du? Welcher weg? Na, wenn dann nach unten, oder? Welcher runter? Du läufst doch zu weit Komm, ich hol dich Ich hol dich Ich hol dich Nein, du musst runter Wo ist Komm her Hier genau Äh, ist ja, ja, ja Ich habe in den Direktionen Mal leinen Aber leinen Hm? 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 Geh lang Komm Der Unterdrücker schießt aus welchen Gründen auch immer gerade nicht Das ist schon mal sehr zum Vorteil für uns Hallo Bis hierhin Wo hin ist und macht der gleiche Weg Wir müssen hier oben Wo ist Nerosol? Wo ist Nerosol? Hier, links Nein Ohlala Und du musst hier lang Nerosol Was soll Komm mit Hier lang Ohlala So Hier ging es weiter Also Noch ein paar Granaten rein Sehr gut Fuck Was Vorsicht Okay, wir laufen jetzt da rüber Ja Okay Hier, es gibt Gesundheit Gesundheit Ja Ich bin voll vom Leben her Ich bin voll vom Leben her Da rüber, wir müssen jetzt hier rüber laufen Ah ja, genau Hier Au 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 Ich weiß nicht warum der Unterdrücker gerade nicht schießt, aber ich finde es nicht so schlimm Geben Sie auf Noch ist es möglich Vorsicht, schießen ab Okay, du bist noch weiter hinten Barney macht das hoffentlich An die Barneys zurück Okay Wieso Nix Alles gut Komm weiter gehts Ja Wie Hast du Gesacht Nein Hast du gesehen Was habe ich gesehen? Ah Ich war In einer guten Position Oh Nein Du warst in einer guten Position, ja 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 Wenn du Du bist Dort Ja Das stimmt, da hast du dich gut versteckt Aber es war auch nur ein Gegner, es war jetzt nicht so gefährlich Nein Merus Okay Hier gehts weiter Was jetzt? Da kommen welche? Ohlala Nein 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 une Morso Ohlala Ich habe eine Gedanke dass ist Gordon Aber es ist kein Gordon da kommen sie auch vorsicht noch leben sehr gut ein erledigt hast da gemacht aber ich habe nicht mehr viel leben ich bin weg vorsicht bleib da bleib da nur die muhrwes stehe wieder was war so barney ist im rio ja barney ist hier tot der ist gestorben ok ok da kommt ein ganzer haufen ein ganzer haufen von meins nee nee der ist nicht geworden das ist barney ok jetzt kommen sie oh das ging überhaupt nicht auf alter schwede scheiße barney hat einen getötet aber barney überlebt das nicht ich bin tot ich bin tot danke scheiße barney macht keinen mist barney greift da sehr gut sie gut aus sie gut aus da sehe ich noch mehr hier ist einer naja ok ich weiß nicht achto wo bist du neroshut ich bin hier hey neroshut hier geht es weiter weiter hier müssen wir lang weiter hier müssen wir lang hier hier ja Ja, für dich. Ja, da. Äh. Äh. Okay, hier geht's rein. Ich hätte gerne gesungen. Oh! Okay. Das Level... Wir haben uns durch... Ich bin da... Das war doch irgendwie anders. Ich war glaube ich mit Strider und was weiß ich alles, aber... Ich weiß es nicht. Wie bitte? Ich drücke über nichts. Hallo? Hallo? Du hörst mich? Ja, ich bin hier. Ich hole dich. Mein Spiel hat sich aufgehangen, glaube ich. Ja, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Das ist ein alt... Apparat. Ähm... Bier ist schnell. Äh, Start ist schnell. Was? Ich hoffe wir können es noch sehen. Ansonsten müssen wir die Aufnahme noch mal pausieren. Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Kannst du sprich langsamer und lauter bitte? Okay. Das Spiel ist bei mir... gestürzt. Mhm. Und ich musste es neu starten. Neu starten? Neu starten. Neu starten. Warum? Weil es abgestürzt ist. Ich hoffe er nimmt das jetzt auch, wie ich es möchte. Ja. Aber... Warum? Ah nein. Wo geh ich? Wo bist du? Wo? 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 Ah, selber antworten nicht. Ja, genau. Das passiert jetzt. Jetzt habe ich ja ein Dings rumgespielt. Das wurde eine super Aufnahme, sag ich. So, ähm... Wir waren... Ich habe eine Technik-Problem. Ja, ich weiß. Weil mein Spiel abgestürzt ist. Das habe ich ja versucht zu sagen. Genau. Und? Mh... Kannst du mal versuchen drauf zu kommen? Ne. Kaum. Aber ich... Kein... Verwiesend. Okay, ich denke das war es auch dann für heute. Vielleicht schneiden wir es dann zusammen. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt einfach... Dann werden wir die zwei Folgen zusammenschneiden. Dann passt das. Okay. Und, ähm... Dann schauen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Von daher... So, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Genau. Eure Lorena. Und euren Neuse. Tschüss. Tschüss.